Hobbitere, meine Freunde des Dichtungsdattels, willkommen zu einer Runde, Madison. Ja, den überschreiben wir. Wie bin ich, alter Mann, äh, nicht meinen Abend. Grüß dich, Nikon. Hallo da. Ich hoffe, dass bei dir immer noch alles fit ist. So. Mal gucken, ob der Ram auch wieder vorbeischaut. Bleibe wachsam, aber auf normal und schwer sind Fotos unbegrenzt. Denke daran, dass du die nutzlosen Fotos aus dem Inventar heraus wegwerfen kannst. Oh nein, ich wollte doch nicht. Das sieht so nachgeladen aus. Nein. Das wollten wir nicht. Ja, so ein bisschen was zu knabbern hatte ich gefunden. Neue Spiel auf normal. Gehen wir halt jetzt mal da hin. Ihr habt doch das andere überschrieben. Warum hat er dann geladen? Verstehe ich nicht. So. Ich weiß nicht, ob Sabrinchen schon eingeschaltet hat, wenn ja. Grüße gehen raus und ein... Hallo. ...an dich. ...an dich. ...nog äh... ...ah! ...i... Oh oui. ...i... 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 Ich kann das doch irgendwie mitnehmen, oder? Da geht nichts. Ich bin auch drin, meine Nachrichten kommen aber nicht durch. Hast du da Regeln akzeptiert, Sabrina? Da gab es Regeln, die musste man akzeptieren, dann gehen die Nachrichten eigentlich durch. Was steht jetzt da? Von deinem Cousin. Von deinem Kassel, Romeo. Ja. Ja, sagt sie. Dein Account ist E-Mail verifiziert und alles. 626. 626. Merkt euch das mal bitte. Ich habe die Feinbehandlung. Das ist nicht der Griff, aber dich kann ich hier rotieren lassen. Ja, aber nicht bestätigt. Ja, du musst sie bestätigen, ich glaube dann geht das erst. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, um Bots und Spammer zu schützen oder zu schützen allgemein. Da haben wir ja den Knauf. Da haben wir ja den Knauf. Okay, sagt sie. So. Also wie gesagt, ich weiß nicht wirklich, was hier uns erwartet, aber es ist auf jeden Fall ein Horror-Game. Oh, ein Hammer. Ja. Ja. Okay. Wir wollen jetzt dadurch ein bisschen was weiß ich schon, weil ich wie gesagt ein bisschen hier reingeschaut hatte. Das ist auch krass, dass man einfach so reingeworfen wird. Ja. Komm schon. Vielleicht kann ich durch das Haus rauskommen. Ich muss hier rauskommen. Und durch mit uns. Ja, das letzte Mal habe ich die Dose nicht mitgenommen, die lag dann da hinten noch. Also die war wichtig. Die hat man nicht nehmen müssen. So, wie sieht's denn hier aus? Abgeschlossen. Es regnet draußen. Ich muss einen Weg raus finden. Bevor ein Vater erinnerst, dass ich hier bin. Ich wollte hier erst mal gucken. Es geht schon mal gut los hier. Gut. Den haben wir nicht benutzen. 626 war's, ne? Ja, auch nicht. Sag mal hier. Ich weiß es nicht, ob hier eine Tür war. Kann man hier was nehmen? Nein. Ist das ein Geisthaus? Ich habe keine Ahnung. Angeblich das Haus jetzt hier meines Großvaters, was ich hier... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. 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 Okay. Was haben wir da? Okay. Ist das mal da? 1968 Sie bis da, okay Die Sonne eingebracht Unter den versteigerten Gegenständen waren Gemälde von So wie etwas Gold und Diamant Schmuck Besonders hervorzuheben ist die kostbare Sofortbildkamera von Miss Hell Die endlich einen neuen Besitzer gefunden hat Es sind 30 Jahre vergangen seit dem berichtigen Mehrfachmorden Und trotz der zahlreichen Auktion des Familienbesitzes Hat bisher niemand ihre Kamera gekauft Für Zuschauer, die mit der Geschichte nicht vertraut sind Madison Hell tötete ihre eigene Familie während einer Hexenzeremonie Und wurde dann durch einen Schuss in den Bauch tödlich verwundet Durch einen Polizisten, der sie bei ihrer Tat stellte Und nun zum Wetter Okay Es hat was mit Hexen zu tun So viel wissen wir schon mal Fuck you Ich nehme an, deine Nachrichten kommen immer noch nicht durch Muss kaputt sein, die kriegen wir nicht auf Ach, sieh eine an Study Hörst du auf, du ver***ter Stuhl Was gibt es sonst hier nichts mehr? Das kann ich nicht lesen Okay 626 Machen wir da mal eine Null Dann machen wir mal 6 2 6 Funktioniert nicht, okay Weil der Code auf dem Brief, also 1968 los, funktioniert auch nicht Gut Gut Okay Oder probier es über den Browser Oh Eine Kamera Halten, RT-Kamera zu verwenden und RT zum Fotografieren Das ist so oder wie Oh Das ist so Okay Der Tisch Äh, der Stuhl ist auf jeden Fall am fliegen Oh, ein Follower Ich höre den gar nicht Vielen, vielen, vielen Dank für den Follower Das ist viel zu leise gewesen An Diamanten Vielen, vielen Dank Freut mich, dass du reinschaust Ich habe die Alerts auch gleich mal lauter gemacht Weil das Spiel, das trönt schon ganz schön, ne? Ich glaube, ich mache das auch mal ein bisschen leider Ich glaube, das hat jetzt geklappt Ah, Sabrinchen Ja So Wir haben das an den Bild aufgesammelt, ne? Was hat geklappt? Ich habe doch einen Schlüssel gefunden Der geht hier nicht, okay Jetzt muss Ich muss die folgende Was? Nö, es können doch, glaube ich, auch nicht Follower können eigentlich schreiben Das ist jetzt neu, dass nur Follower schreiben können Das wäre nicht so gut Einen Nagel sollte ich finden Jetzt ist die Uhr da schon wieder da hinten Aber da ist ein Nagelschein Also da ist nichts Da kann nichts sein Okay, das ist weird So sollte das auf jeden Fall eigentlich nicht sein So, jetzt habe ich einen Nagel Wir hauen mir da jetzt niemand Oder ein Hexenhaus Weil es geht um eine Hexe, wie ich mitgekriegt habe Jetzt hängt mein Opa auf Und dafür machen wir jetzt mal ein Bild Okay Aber es ist jetzt nichts Merkwürdiges auf dem Bild zum Sehen Oh, ich habe eine Tür Genau, da bin ich das letzte Mal hängen geblieben Hi, Miko, grüß dich Freut mich What the hell has dad been doing here? Ja Besser wie ein Film Ja, auf jeden Fall Vorher habe ich ein Spiel gespielt Das ist wie so ein interaktiver Film gewesen Wir haben ja vor uns durchgeguckt Was steht denn da so alles? Jetzt will ich erst mal das Ding daneben Was ist denn das? Streichhölzer Pocket Size Box Oh, da ist ein Schlüssel drin Oh, da ist ein Schlüssel drin Oh, da ist ein Schlüssel drin J Steht drauf Hm Was haben wir hier? Dad sagte, er hat das Haus repariert, aber im Moment hat er diese Frau beschäftigt Was ist passiert? Ja, was geht hier vor? Madisyn Hale, 43 Jahre alt, Serienmörderin Serienmörderin Madisyn Hale wurde vom Polizeibeamten Russell erschossen, der kürzlich bezeugte, dass sie dabei attackt zu haben, wie sie ihre Opfer an einem Brunnen auf ihrem Besitz verstümmelte Madisyn Hale war vor dem Roller Obwohl ihr in den Bauch geschossen wurde, überlebte die Mörderin noch für einige Stunden Serienmörder gestellten, ermordet und bis zu vier menschliche Körper infolgiert Die Polizei fand verstümmelnde Körperteile in ihrem Keller, der den Beschreibungen nach außen wie aus einem Film Wie zerstückelte Leichen wurden im Hause gefunden. Augenscheinlich gab es vier Opfer. Hexerei oder Geistestrankheit. Beweise für eine Geistestrankheit wurden im Haus der 43 Jahre alten Welt ist in Hell gefunden. Anscheinend wollte sie ein finstes Ritual durchführen, bei dem ermöglicht Menschen ermordet und zuhackt werden sollten. Die Polizei. Ja, das klingt ziemlich übel, Bübel. Halt, halt, halt. Lass das. Ich hasse das. Was passiert hier? Okay, nichts. Können wir hier raus? Abgeschlossen. Ich kann hier nicht meinen Schlüssel benutzen. Warte mal, kann ich den Raum fotografieren? Nichts außergewöhnliches. Aber es ist ja gut, so ein Foto von den Wänden zu machen. Vielleicht kann ich das später... Gebrauchen. Oh, ein Wasser marsch. Warte, ich trinke gleich. Ja, okay, kann man nicht gebrauchen. Und dann, wo bist du? Hi. Hallo, da. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Alles wird? Äh, so. Versuchen wir mal, die Tür aufzumachen. Okay, geht nach innen auf. Safe. Aber wir könnten ja cool sein. Achso, ich muss erst mal wiedeln. Grüß dich. Alles gut bei dir? Freut mich, dass du reinklickst. Was haben wir da? Die Kassette. Tape 1. Ah ja, der Schlüssel ist für hier. Nehmen. Was nehmen? Luca. Ein Filsbuch von mir, okay. Nehmen. Ah, ich kann quasi hier was reinlegen auch. Untersuchen. Interagieren. Ich erinnere mich nicht, ob ich es aus dem schreihen habe. Bin ich... ...insane? Wäre ich wahnsinnig? Sag da. Mams Arm. Dad's Head. Wir haben Fotos von... ... einem Fuß und einem Arm. Dann ist es also das Fuß von meiner Schwester... ...und von meiner Mutter der Arm. Und der Typ an der Tür ist dann mein Vater. Genau. Er hat gesagt, ich bin nicht sein Sohn. Das heißt, den töten wir anscheinend auch noch. Und machen ein Foto von seinem Kopf. Ich bin nicht hier seitdem, er stirbt. okay hier ist uninteressant oder er ist fußfädig wie darf ich das verstehen mit dem fußfädig nix gegen den bild ach so Das heißt, ich kann jetzt auch gar nicht die Kassette abspielen. Hier ist also quasi nichts drin für mich. Und hier. Pillen. Aber die kann ich nicht nehmen. Ich kann jetzt hier... Okay, mit dem kann ich also nichts anfangen. Ja, fuck. Was haben wir hier? Telefon. Ja klar, wenn wir keinen Strom haben, haben wir auch kein Signal. Wir haben kein Signal. Verschlossen. Das ist ein Badezimmer. Das ist ein Badezimmer. Mit dem kompletten Spiegel. Und eine Badewanne. Das ist ein Foto. Ein rotes. Blue Knees ist real. Was denn? Es blubbt nur auf. GamerScore, oder wie? Aber die sind doch alt. Ich weiß nicht, was ich da für Nachrichten hier... Was haben wir da? Notizbuch von Luca. Ah ne, ich kann hier was benutzen. Geht der Hammer? Nein. Ketten. Ketten. Ich brauch doch wahrscheinlich eine Kettensäge oder so. Kombinationen nach rechts. Fünf links. Oh fuck, das ist so blitzendrin. Das erste ist eine Eins. Könnte rechts sein. Alright. Hm. Damit werden wir bestimmt noch irgendwann was anfangen können. Fünf. Gerade aus oder nach unten? Wo würdet ihr lang gehen wollen? Hine meine Mist, das röppelt in der Kiste. Hine meine Meck und du bist weg. Was ist deine Aufgabe? Ich würde hoch, also du würdest da lang. Okay. Wir müssen... Ich hab keine Ahnung. Ich geh einfach... ...und schau, dass ich weiterkomm. Ach, wir sind ja von da rausgekommen. Ja, jetzt wundere ich mich so. Hä, wieso? Ich würde jetzt mal sagen, wir müssen rausfinden, was mit uns los ist. Weil ich weiß genau so wenig von Gäben wie du jetzt. Hey, dich brauch ich. Ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Ja. Ich lauf einfach mal nur vor mich hin und löse Sachen aus, wenn ich sie seh. Kann ich da was reinlegen? Der geht nicht. So, ne Katze haben wir auch. Kann ich mich hinlegen? Was ist das? Grandpa hat sein ganzes Leben auf Klocken zu machen. Ich muss mich hier finden, um diese Tür zu öffnen, wenn ich aus diesem Haus rausgekommen will. Warte mal. Hier ist ne Uhr. Vielleicht komm ich hier rein, wenn's dann neun Uhr ist, aber... Was da hat der hier noch? Ach, der kann doch schneller laufen. Sieh'n an. Der Knopf, ist das okay? Ja. Bleib doch mal zu. Was haben wir da? Sicherungskasten. Hä? Hä? Das hat funktioniert. Gleich auf Anhieb. Cool. Bin ich von mir meistens gar nicht gewöhnt. Ich fummle da eigentlich meistens so voll lange rum. Nein, nix auffälliges. Mars und Jupiter. Nehmen wir mal mit. Wir sind nicht runterfallen, weil das nur ein Schatz ist. Hä? Das ist schon ein komischer Keller hier. Okay, da geht's nur so nach unten. Die ist abgeschlossen, okay. Ich, ich, ich hab mich auf jeden Fall für dieses Spiel hier auch entschieden. Und ich hab mir das auch gekauft, weil... Die Bewertungen waren ziemlich gut. Und was ich in dem Trailer und so gesehen hatte, sah auch ziemlich interessant aus. So, wir haben ja wieder Strom. Okay, ja. Aber ich will jetzt erstmal die Kassette anhören. Jetzt hör's noch zu. Weil wir haben ja eine Kassette gefunden. Schauen wir mal. Oder hören wir mal, was, was da drauf ist. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Die Bewertungen? Die Bewertungen? Die Bewertungen? Wo ist die Bewertungen? Die Linke? Das Linke? Ich glaube, es ist kein einfaches Thema. Ich kann auf die Menge sprechen über verschiedene Rituals und Proceduren, aber bei weitem der besten Weg ist es zu beurteilen. Help den Demön zu erreichen, was er suche. Nur dann wird der Demön von seinem eigenen Akkord verlassen. Der Demön von der Erde durch bestimmte Objekte, die sie als Kontakte zwischen worlds benutzen. Selbst wenn Sie sich davon aus dem Objekt späteren, der Demön hat den Kontakt, den er braucht, und bereits geht zwischen uns. In den ersten Städten von Possessionen, der Hust-Human tendt zu verlassen von Freunde und Familie. Sie werden aggressiv, sogar violent. Das ist der Resulte der spirituellen Wettbewerb zwischen dem Hust und der Entität. Both vying für Kontrolle über das Immortale. Die Symptome, die die Possessionen weiterentwickelt werden, sind Dissene, Nausein und Headache. Die 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 so intense wie die 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 Verwachtung ihre die 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 und die Sprache in der Minderung. Die Verkaufung der Vögel ist für den Ziel, um ihn zu machen, um sie zu beobachten, verpflichtet. Das ist wie der Dämon vollständig seine Kontrolle insiduellen. Oh, und bevor ich mich vergessen, einige Behandlungen von Verkaufungen oder verrückte Bewegungsverkungen in den Insekten, in Bezug auf den Insekten, Okay, also es scheint zu... Oh, nicht. Noch mal. Kopfschmerzen. Eine rolle Tür? Was ist mit mir passiert? Ist das, was dieser Mann darüber gesprochen hat? Es kann nicht mit mir passieren. Oh, jetzt sehen wir langsam wieder was. Oh, schön. Könnte es die Basement Tür sein? Höchstwahrscheinlich. Aber, ähm... Uh, alter Knopf. Von den Fotos, was er vor uns geredet hat, ich glaube, ähm... Er meinte die. Also es müsste jetzt die Schwester ihr Fuß sein und der Mutter ihr Arm, oder? War doch irgendwie so. Oder wie war das? Na genau, Schwesters Fuß und Mutters Arm. Aber ganz uncool, wenn er seine Mutter und seine Schwester umgebracht hat. Aber Grandpa... Das glaube ich sogar. Können wir nicht mitnehmen, okay. Okay. Ich wollte ihn aufmachen. Nur Tassen. Was haben wir hier? Nichts. Der ist abgeschlossen. Was macht er denn zu? Was zum Putzen. Da haben wir jetzt auch nichts. Was haben wir hier? Hier haben wir was? Warte mal. Was haben wir denn da? Geh mal auf. Was haben wir da? Okay. Ein Dreieckschlüssel. Ich wüsste jetzt nicht, wo wir den gebrauchen könnten. den Dreieckschlüssel. Ja, gut. Ist bestimmt zu, oder? Oh, zieh's auf. Ah. Jetzt sind wir in dem... Boah, jetzt bin ich schon kurz erschrocken. Jetzt sind wir hier, okay. Aber wenn man das jetzt gemacht, wo sind wir denn jetzt lang gelaufen? Die war, glaube ich, dicht, ne? Genau, die ist zu, die Tür. Aber... Der Fernseher macht nichts. Nö. Kann ich... Ich kann ihn nur an- und ausschalten. Okay. Na recht viel später ist es jetzt hier nicht geworden. Hat sich der... Hat sich der umgedreht? Was war das? Ah, super. Es ist ein Raum mit vielen Uhren. So hört sich das zumindest an. Genau, das war das Bad hier. Ich kann nichts benutzen. Um die da runter zu machen, jetzt passen wir hoch. Es ist immer so... Ursprünglich sind wir von da hinten gekommen, ne? Ja, genau. So. Wir haben ja wieder so eine Uhr, aber... Warte mal. Ich hätte gedacht... Oh ne, okay, das müssen wir da nicht hin tun. Müssen wir das vielleicht bei der anderen Uhr tun? Ich hätte aber gleich gedacht, dass da eine zweite Uhr rein muss. Hals, Mann. Da bin ich lang. Ich habe immer noch keinen Code gefunden, der mich durch die Tür bringen würde. Aber, warte mal... Der Schlüssel... Nein, nicht hin? Echt nicht? Ich hätte gemeint, den könnte ich hier vielleicht... benutzen. Okay, war wohl nicht so. Warte mal, was war denn hier drin? Ah, nur der Safe. Konnte ich da eigentlich reingucken? Da habe ich gar nicht reingeguckt, oder? Priester... Thomas? Wo steht er drauf? John. Ich hoffe, dass wir mit dir nützlich sein. Sei bitte vorsichtig. Denke daran, worüber wir gesprochen haben. Ich melde mich wieder so schnell ich kann. Priester Thomas. Ich weiß, dass Bandaufnahmen altmutig sind, aber ich bin nicht so gut mit Computern. Okay. Kann ich nicht mitnehmen. Gut. Hm. Die rote Tür. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht. Aber ich will alles abklappern. Ja? Nichts übersehen. Nein. Nee, er dreht sich nicht um. Aber ich kann mich auch nicht anziehen. Okay. Die Tür geht nicht um. Das ist das Bad. Dann gehen wir wieder runter. Dann gehen wir wieder runter. Und... Wo war sie denn? Hier unten, glaube ich. Kacke lachen überall. Aber sie ist abgeschlossen. lassen was erwartet mich da I hope we can find out that I don't know I hope we can Ach, I don't know It was right 6 Was haben wir hier? Eine Schaufel Nehmen wir mit Warte mal, was haben wir hier? Echt? Ich nicht Es geht echt? Ne geht nicht Hab ich einen Gamerscore gekriegt? Tatsächlich Ne, es geht kaputt 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 Ich habe sie Ja, durchaus Ja, ich muss da irgendwas Aber ich will jetzt nicht rausfinden, dass das was Symbole sind Irgendwo muss ich das doch rausfinden Vielleicht an der Wand Vielleicht an der Wand Vielleicht an der Wand Blumen Hier ist es real Kommt hier eigentlich irgendwas? Hörst du auf damit? Wie soll ein Pfeil nach unten? Da sind drei Klammer zu Kreis Klammer auf Ui Das wäre schon mal eins, was wir los sind Das wäre schon mal eins, was wir los sind Fibro, Fibro, März Elf Elf, zwölf Das andere wäre dann 13 oder was? Das andere wäre dann 13 oder was? 145 145 Aber seht ihr, da ist jetzt in der Mitte dieses Dings da Hä? Zwei Gibt das da? Zwei Zwei Ting Ow Ting Ting Dreik Hä? Honig Tick Ron Und jetzt in der Mitte ist aber nach wie vor Fragezeichen 145 Warte mal Jetzt gehe ich es mal ganz drauf glaube ich Aber was, was, was meinen die damit? Ich checke es nicht so ganz Aber probieren wir mal die Klammer und den Mond Die Klammer, die probieren wir jetzt mal aus Da gehen wir jetzt mal runter Das probieren wir jetzt mal aus Eins dieser drei Schlösser müsste ja dann aufgehen Eins dieser Schlösser müsste ja dann aufgehen Wir probieren gleich mal das rechte hier aus Warte mal Das sind zwei Das, das, das Das ist es nicht Moment Moment Wir haben noch diese Diese Klingel, die da, das da Das Ding nach unten Mit zwei und das Dreieck Das Ding nach unten Zwei Zwei Jetzt kann ich aber nichts mehr machen mit denen Mit der kaputten Schafel kann ich auch nichts machen Wenn ich ein Foto mache Okay Wie so eine Art Pentagramm ist da drauf Der war übel Eigentlich keine gute Idee da runter zu gehen Aber Mir wird nichts anderes üblich bleiben Oder was meint ihr Wer sich runtergefallen ist, oder? Das geht bei euch Ich glaube ich gönne den Avatar hier unten mal In Battle Royale Wenn gerade so viele rumlaufen Ladies and Gentlemen Dann startet ein neues Battle Royale Viel Glück an die Teilnehmer Gut, das stinkt ja ziemlich sehr, sagt er Tummelen sich so schöne viele Avatare unten Und dann Dann munze ich den Battle Royale dann noch direkt mal Was ist nichts drauf? Ich glaube, das etwas zu lange Ich gehe bei euch Ich gehe bei euch Natürlich Wir haben ein begrenztes Inventar. Okay, dann gehen wir mal zu dem Safe. Und legen da mal was rein, wenn's dann noch geht. Ja, ich kann auch nach oben gehen, das ist gut. Ich hoffe, beim nächsten Mal fällt aber nicht wieder runter. Uh. Das war knapp. Sabrina gegen Andrew. Miko, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Battle Royals. 510 sind die Deine. So. Oh. Wandersafe. Hm. da war doch hier irgendwo ich glaube da hinten ne ne ist man hier in der Küche irgendwo ich glaube der Prinzen ist schon gleich wo war denn der hier nicht da nicht hier nicht da nicht da kommen wir nicht rein ach der war hier hinten stimmt der war hier hinten so mal ablegen was legen wir denn ab ja die kaputte Schaufel legen wir mal ab das Sonnenmedaillon legen wir mal ab diese tauchen meine Gehmaske eigentlich nicht mehr auf also es ploppt hier unten nicht mehr auf das ist sehr weird jetzt wieder runter schade dass es keinen einfachen weg zur roten türe gibt aber ich muss das aufheben 100 pro mal sonst geht es halt einfach nicht weiter sonst geht es nicht weiter so jetzt haben wir das ding also jetzt haben wir platz für das ding so rum diesmal fällt er nicht mehr runter er weiß jetzt also dass da eine kaputteste Stufe oder Sprosse oder wie man das sagt so warte mal welche ding hatten unsere die hat die Sonne drauf da haben wir einen Mond das heißt es gibt bestimmt noch eine dritte Dose aber die ist groß da ist jetzt zu da ist jetzt zu so so okay okay Was? Was? Was, war das? Was ist es? Die Fotos werden auf jeden Fall nichts. Ich bin jetzt in Madison, hier in der Basis. Madison, too? 1987? Ich kann sehen, dass es ein bisschen eine Welle in der Mitte der Raum ist. Es sieht aus, dass es örtet ist. Ich werde weiterentwickeln, sehen, was auf der anderen Seite ist. Ich mache mal hier kurz die Cam Iris zu. Einen Moment, bin gleich wieder da. Es ist ziemlich weird, was hier abgeht. Muss ich schon sagen. Es ist schon ziemlich weird. Schade, dass die Fotos nichts geworden sind von dieser komischen Kreatur, die da rumgesprungen ist. Oh, sorry, was ist das leider jetzt? Sabrina, bist du noch da oder bist du schon fort? Wir müssen wissen, Sabrina ist eine Mitbewohnerin von Pupsi und von mir. Gut. Schade, ich bin schon sicher. Ich bin schon sicher, dass es nicht so ist. Ich weiß, dass es nicht so ist. Ich bin schon sicher, dass ich nicht so viel gesehen habe. Ich bin schon sicher, dass es nicht so ist. Ich glaube auch nicht, dass ich alleine bin hier. Nicht nach dem, was ich von uns fotografiert habe. Da ist die Tür. Ich weiß nicht, dass ich weg bin. Die Polizei! Segen Sie sich! Das ist eine Art. Das ist eine Art. Das ist eine Art. Darum, was du? Das ist eine Art. Loser! Step back! I said step back! This cannot be real. So... So this fucking camera belongs to that woman. Why is this happening to me? I gotta get the hell out of... Just come from there. This lamp doesn't light... It doesn't light anymore. Fuck! Oh... Oh, God. It's not Christian. Uh... Where... Where am I? What is this place? That woman... Is it possible that she's... Still alive? Okay. It's not... Passiert nichts. Auf dem Foto ist nichts. Sie sind alle ab... Ah... There's nothing on Game-Aroll side... Where is he doing? Why did I got health 50 photos procede? aber es ist auch nicht richtig auch nicht Futter und Lampe auch nicht aber die kommen alle aus einer das war das Ritzenslösung geil gemacht die Tür ist wieder zu wir klangen zum ersten Mal ins Haupthaus zurück okay jetzt sind wir wieder da wir müssen uns da setzen die 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 Der Dachboden. Aber wie komme ich hoch? Das ist nicht nur nur Scheiße. Da ist dicht. Fuck you. Jetzt gehe ich mal kurz Sabrina schreiben. Ich weiß nicht, warum ich neugierig bin. Oh, Schwein zu. Okay. Wir gehen hoch. Wir sind auf dem Dachboden. Kaputzes Bett. Was haben wir hier? Oh, mein Opa wahrscheinlich. Subtract. Alter ist nur eine Zahl. Du kannst addieren oder subtrahieren. Doch am Ende aller Tage, wenn die Zeit kommt, stirbst du so oder so. Da haben sie recht. Da werde ich jetzt die Schaufel wieder brauchen. Da brauchen wir auch wieder ne Uhr. Wie gacka ist das denn? 43. 43. 43. 5 years old. Ein Fragezeichen. Warte mal. Ja, da kommt der auf jeden Fall hin. Ja, da kommt der auf jeden Fall hin. Aber hier ist nichts passiert. Fünf Jahre. 43. Das ist auch nochmal ein Bild. Schau. Die Wiener Max. 056. Aber. Kann ich dich nicht greifen? Da brauchen wir noch ein rundes Bild. Was sieht jetzt noch aus? Das wird wahrscheinlich 43 sein. Wo jemand 43 Jahre alt ist oder so. Oh, wir gehen jetzt mal die Schaufel wiederholen. By the way. Kann ich den denn mitnehmen? Nee. Hätte das sein können. Kann man den Opa mitnehmen? Oder wer auch immer das da hinten war. Jetzt gehen wir erst mal hierher. Nehmen. Ich kann mal den wieder... Aber nee, den kann ich nicht gebrauchen. Der ist nicht so rund, wie ich ihn brauch. Hier habe ich auch noch kein Code. Hier habe ich auch noch keinen Code. Geht nicht auf. Hätte ich damals gemeint. 68. 68. Was habe ich eingezübt? 68. Was habe ich eingezübt? Doch, habe ich. Ist nicht richtig. Da könnte ich natürlich eine dieser... Schauen wir mal, ob ich eine zweite davon finde. Was ist hier ein... Gut, da gibt es nichts. Man könnte aber schon meinen, dass das Amulett da reingehört. Warte, ich sammle das nochmal an. Das trägt schon wieder zu viel. Warte mal. Das ist nur eine Vermutung. Wo waren die wohl jetzt? Das Sonnenmedaillon funktioniert nicht. Sonst funktioniert das bei der hier draußen. Aber wir haben ja ein paar solche Uhren jetzt schon gesehen. Die kann ich nicht mitnehmen. Ich glaube, ich brauche einfach nur eine andere Uhr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwo reinpasst. Wo waren denn noch einige? Hier hinten, ne? Genau. Achso, da ist jetzt mir hier der Weg versperrt. Das ist ja gar gar. Aber gut. Hei, was liegt denn da? Achso, das da. So. Wieder hoch auf den Dachboden. Und dann, ne? Kann ich hier die Schafe benutzen? Den Hammer kann ich nicht benutzen. Die Kiste kann ich nicht benutzen. Warte mal. 56. Und 5. Jetzt so direkt. Ja, wo soll ich mir den ganzen Zahlen anfangen? Oh, vielen, vielen, vielen Dank für den Follow. Oh, ein Wasser Marsch, auch noch. Und ein Hallo. Ich hoffe, alles fit bei dich. Bei dir. Irgendwas übel sehe ich. Da oben ist ein Fenster. Da passiert nichts. Da passiert nichts. Oh. Hier passiert was. Eine 25. Das ist schön. 25. Und eine 13. 5, 13, 25. 5, 13, 25. 43. Was will ich denn das Spiel von mir? Ja. Was will ich denn das Spiel von mir? Und bei den machen? Bei dem macht das gar nichts. Ja. Nichts. 5, 13, 25 und die andere war weiß ich jetzt gerade gar nicht 13, 25 Könnte das die wieder kurz sein 13, 25 der war es nicht kann ich hier irgendjemand diese Bilder mitnehmen? ne ich brauch sie auch gar nicht die haben nicht die Form der Bilder die ich brauch der hat nicht die Form von dem Bild was ich brauch den Hammer kann ich nicht gebrauchen die Schafe kann ich nicht gebrauchen legen wir die mal ab nehm dafür mal dieses komische Dings da wieder mal mit oh johann englisch hi ob ihr fein vielleicht muss ich an englisch mit einigen reden ist ja ein bisschen Ordnung die geht hier nicht okay nix diese Geräusche überall da kommen wir da nicht rein so viele Pillen überall das ist die 9 Uhr Uhr aber wenn wir rauf schauen können wir auch nicht ticken die Ohren haben wir jetzt auch noch nicht 13, 25 sag ich doch das geht hier nicht 13, 25 43 da liegt auch noch was 13 so 38 plus 13 56 weil 58 plus 13 steht oft da 10 plus 33 16 weiß ich was hmm hm 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 hm